Moin Leute, Torumba hier. Ja, wir werden einfach ein bisschen weiterspielen bei Warhammer Mark of Chaos. Okay. Das muss ich muten. Und das muss ich auch muten. Und das muss ich checken. Hervorragend. Mhm. Okay. Dann fangen wir mal auf das Spielen an. Okay. Stefan und Konsorten können nicht weiter, weil der, wie jetzt bekannt ist, der Grobe irgendeine Giftwolke am Start hat. Und wir können mit ihnen jetzt nichts mehr machen, mit den Menschen. Wir müssen mit den Elfen weiterspielen. Und das machen wir. Messer in der Nacht. Okay. Wir nehmen beide mit. Ja, wir nehmen die Kanone mit, aber wir müssen mit den Kanonen echt ein bisschen aufpassen, sonst töten wir unsere ganzen Leute. Das hat überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Letztes Mal war das echt grausam. Mhm. Nehmen wir überhaupt Spermänner mit? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall nehmen wir die 10er Reitereien mit, damit die ein bisschen Erfahrung kriegt. Das ist mal ganz wichtig. Okay. Was wir noch machen können, ist checken, ob wir Punkte verfügbar haben, aber haben wir nicht. Auch das ist eigentlich ganz cool. Okay. Kämpfen wir. Kämpfen wir. Kämpfen wir. Kämpfen wir. Hm? Und? Ah, da fällt mir auf, ich muss die Kamera ein Stück verschieben. Sonst ist für euch die Minikarte weg. War das die Minikarte? Ich glaube ja. Ähm. Ähm. Was? Ich weiß ja nicht, ob wir gleich noch eine ruhige Minute haben. Wir sind schussbereit, Kommandant. Ja, das ist gut. Unsere Pfeile strafen schnell und sicheren Fußes. Wir sind treffsicher. Ziehen sofort weiter. Das weiß ich und ich weiß es sehr zu schätzen. Oh. Ich gebiete über reinste Magie. Dies ist nicht die einzige Welt, auf der ich wandle. Oh. Ich werde mich den dunklen Göttern niemals beugen. Gut so. Für den Ruhm und die größte Bestie kann erlegt werden. Anscheinend wollen sie unser Lager angreifen. Was sagt die Karte? Oh ja, da muss ich mich wieder dran gewöhnen. Sonst, dass der Cursor zum zweiten Bildschirm verschwindet. Okay. Let's check. Waffen bereit. Haltet Ausschau nach Feinden. Aurelia muss überleben. Alle anderen sind egal. Die Zeit drängt. Hier kann ich nicht bleiben. Aber da kann so bleiben. Aber da kann so bleiben. Okay. Das sieht ja bisher ganz sutsche aus. Aber ich glaube damit... Das wird nicht reichen. Ja, das hoffe ich auch. Helm, Sie greifen von rechts an. Das links, ja. Junge, ich muss dir sagen, dass das links ist, ja. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden. Von fernen Flüssen können wir uns nicht lange auf all diesen Bolzentroßen. Fürchtet euch nicht. Ja, die Bogen... äh, die Elfenbogenschützen, die sind der Hammer. Die schießen super schnell, ne? Und super weit. Und mit ihr schießen sie auch noch ein bisschen weiter, ne? Die Prinzen Ultuans reiten ihn an. Oh, guck mal an. Der Adel ward lange vergessen. Kleine Kugeln, so große Bestier nicht verletzen! Ja, kleiner Skavel lauft besser weg, ja. Und noch einen hinterher. Tot? Ne, schade. Nicht erwischt. Oh, fuck. Hier findet der Kampf nicht stark. Ich habe alle Winde der Magie gemeistert. Die Macht Ultuan hat sich verletzt. Nichts ist schneller als ein Drache. Züppelt in unsere Lecker. Unser Bolzen soll ihr Ziel finden. Wir haben die schnellsten Rösse... Ich werde hier nicht länger gehören. Eine Kugel zu große Bestier nicht verletzen! Ultuan wird sich dem Chaos niemals beugen. Das sind doch Chaos-Leute, oder nicht? Wieso arbeiten die denn mit den Skaven zusammen? Was ist strange. Oh, von unten wieder. Ja. Und von links, Kommandant! Hinter euch! Hier findet der Kampf nicht statt. Wir sind sehr sicher. Widersetzt euch! Und ihr geht zugrunde! Wir sind bereit! Eine glänzende Lasse ist alles, was wir brauchen! Vorwärts, Silber Elme! Lachtet sie ab, wir reizige Hunde! Vor der Adler Kralle gibt es keinen Kommen! Lauft! Die Bestie wird uns alle verschlingen! Das ist korrekt, ja. Die Nicht-Sklaven-Dinge! Lauft! Lasst die Hörner und der Kommen nachkriegen! Diese Narren werden mich nicht lange aufhalten! Okay, dann haben wir eine Tasche. Die Grünsten Ultuans sind meine Klingen! Niemals wieder soll das Chaos die größten Ultuans stürzen. Wir werden den Sieg sichern! Schickt einen Todesregen! Wir erwarten euren Rat! Unser Kampf wehrt ewig! Unser Kampf wehrt ewig! Vielleicht haben wir doch eins, zwei... Äh, was heißt eins, zwei? Wir haben ja eh nur einen. Gar nicht schön! Die Adler Kralle gibt es keinen Kommen! Aber, ähm... Um die Kanone zu bewachen. Jaaa! Die Sperrte werden eine neue Position annehmen. Wie ein leuchtender Komet! Eure Götter haben euch den Stich gelassen! Denn ich bringe den Tod! Oh! Die Adler Kralle steht bereit, Kommandant! Die Adler Kralle jagt neue Beute! Eine glänzende Lande ist alles, was wir brauchen! Die Bestie wird uns alle verschlingen! Wir stimmen zu! Greift euch das Goldmänner! Oh, fuck! Vor der Adler Kralle gibt es keinen Kommen! Ein glorreicher Tag! Wir warten euren Kommen! Mein geflügeltes Ross wird mich zum Schlachtfeld bringen! War's zu spät? Eine glänzende Lande ist alles, was wir brauchen! Oh, die Riesen-Rappen-Uger! Die Macht Ultorans hat sich heute in den Herzen los! Immer ins Schwarze! Die Prinzen Ultorans reiten ihn an! Schlachtet sie ab wie reudige Hunde! Die Adler Kralle trifft immer ins Schwarze! Oh, Neuroens Beste! Wir werden den Sieg sicher! Dies wird ein Refugium sein! Hier gibt es nichts mehr zu tun! Okay... Die Prinzen Ultorans reiten ihn an! Die Prinzen Ultorans reiten ihn an! Ungebrochen sind verraten! Zielt um zu töten! Die Prinzen Ultorans reiten ihn an wie ein leuchtender Komet! Der Tod hat viele Gesichter! Jubelt! Denn die Silberhelme reiten ihn an! Hör nicht in diese Wilden! Ein glorreicher Tag ist angebrochen! Für den Ruhm Ultorans! Niemand ist mir gewachsen! Das ist gut! Schieß doch die hier! Hey! Moin! Adler der Zwergenkrieger! Kein Schatten wird siegen, solange ich lebe! Hat mich gefreut, als ich gesehen habe, dass du gefollowed hast! Willkommen! Wir haben die schnellsten Rösser in ganz Ruhe! Es ist in uns! Niederlage ist ausgeschlossen! Cool, ein nettes Banner! Das wäre unser Ende! Die Adlerkrieger trifft immer ins Schwarze! Unsere Burgen sind bereit! Wir werden eine neue Position einnehmen! Ich verfüge über die uralte Weisheit! Jubelt! Denn die Silberhelme reiten ihn an! Die Stärke Ultorans ist in uns! Alles nimmt irgendwann seinen richtigen Platz! Kleine Krugel! Die so große Bestiegericht verletzen! Unser Ball sicher soll ihr Ziel finden! Diese Wesen werden die Elfen wieder fürchten! Wir werden den Sieg sichern! Ich sehe keinen klareren Pfad! Hier gibt es nichts mehr zu tun! Oh, lass da doch noch ein Gegenstand! Ich bin unschlagbar! Die Flammen des Phönix sollen euch verschlingen! Ein Klingel leuchtet der Frumé ist rangeroffen! Dieser Adel wird langes vergessen! Ihr reudige Hunde! Meine Klinge wird sie alle niedermetzeln! Ah, du bist das Mannstein! Nein! Die Stärke Ultorans ist in uns! Oh, da müssen wir erst ein bisschen reinfeuern! Wir sind treffsicher! Die Götter haben sich gegen uns gestellt! Lacht die Hörner und der Kammerklingel! Diese Narren werden mich nicht lange aufhalten! Greift sofort an! Mögen unsere Pfeile jetzt zielt finden! Der Tod lauert seit meiner Ankunft auf diese Feinde! Shii 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 shii! Wow, yeah, nice! Wir verfehlen niemals! Unser Zicht! Die Götter lenken meine Klinge! Wir brauchen! Keine Rüstung kann diesen Bolzen trocken! Oh, fuck! Was ist das denn? Wir ziehen hier rein! Was für ein hässlicher Vogel, Alter! Das ist so ein Nögel-Fragel, ich schwör's dir! Fürchtet euch nicht! Meine Klinge wird woanders gebraucht! Wir verfehlen niemals! Unser Ziel jubelt! Der ist eurer Hebel in den Sinn! Und reitet! Wir erwarten euren Rat! Unsere Pfeile strafen schnell! Schickt einen Todesregen! Nicht durchströmt die Energie, Zaffarys! Oh, da kommt noch so'n Ding! Ah, der ist gleich lang! Mögen unsere Pfeile jetzt zielt finden! Die ersten Teile sind alle auf YouTube, ja! Ich hab heut die letzte Folge hochgeladen, ne? Wenn du Lust hast, ne? Die Prinz in Ultuan sind weit in den anderen! Alles nimmt irgendwann seinen richtigen Tag! Wenn du immer Tipps hast, dann musst du sie mir sagen, oder? Ich werde hier nicht länger gebraucht! Wir sind treffsicher! Treib den Feind zurück! Wir sind treffsicher! Treib den Feind zurück! Unsere Pfeile strafen schnell! Oh! Von fernen Küsten kommen wir, um zu kämpfen! Oh, nice! Zwei Gegenstände! Die stärke Ultuan ist in uns! So soll es sein, Kommandant! Schnapp sie dir! Ja! Die Macht Ultuan! Verlagt sie heute! Wir werden den Sieb sicher! Ja! 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 Ja!